Du bist noch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner fifacoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich Willkommen Freunde zu diesem neuen FIFA 17 Video und ich hab mich gerade eingeloggt in FIFA 17 und da sehe ich eben, dass dieses Luna New Year hier am Start ist und deswegen würde ich euch allen einmal raten, dass ihr euch auch in die Konsole einfach einloggt, da bekommt ihr dann nämlich ein Freeset. Ich drücke jetzt mal hier auf X und es kommt eben drauf an, wie lange ihr schon in FIFA 17 eingeloggt seid beziehungsweise wie oft ihr euch eingeloggt habt in FIFA 17 und dann schauen wir mal, was für ein Set wir bekommen haben und es ist einfach ein 125k Set. Oh mein fucking Gott. Ich weiß zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ob die untradeable sind oder tradable. Oh mein Gott, ein 125k Set. Jungs, ich würde sagen, wir öffnen das Ganze direkt, oder? Wir öffnen das Ganze in 3, 2, 1, go. Come on, das muss ein Walkout sein. Das ist kein Walkout, what the fuck? Alter, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Oh mein Gott. Patricio im 125k Set. Im 125k Set, Patricio. Alter, was ist das? Alter, was ist das für ein Scheißpack? Und das ist untradeable, aber was ist das für ein schlechtes Pack? Oh mein Gott. Alter, ist das schlecht. Ein 84er und sonst. Oh mein Gott, wie schlecht kann ein Pack sein? Das ist ja unfassbar. Das ist echt unfassbar, Jungs. Wie schlecht dieses Pack ist. Jungs, schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, welches Pack ihr bekommen habt. Und, ähm, ja, ob ihr was gezogen habt. Oder ob das genauso kacke war wie bei mir hier gerade. Aber das ist echt unglaublich schlecht, oder? Jungs, das ist so schlecht gerade. Das nervt mich gerade extrem. Ich dachte, da kommt jetzt endlich mal wieder ein Walkout. Endlich mal wieder ein geiles Pack. Aber nein, es kommt nur so ein, ja, ein 84er raus aus dem 125k Pack. Und, ja, okay, dann gibt es hier noch limitierte Sets. Das habe ich nämlich beim FIFA Styler gesehen, dass er 15k Sets für 7,5k bekommen hat. Und das geht jetzt hier eben auch. Da bekommt man Megasets. Das kostet ja eigentlich 35k. Und das kann man hier eben gerade im Moment für 17.500 kriegen. Und, also genau um die Hälfte. Und deswegen bin ich am überlegen, ob ich noch ein kleines Pack unbedingt raushau. Oder ob ich jetzt, ja, ich hänge einfach eins dran, oder? Ich hänge einfach eines dran. Ja, hier sieht man das eben. Hier sind diese 7,5k Packs für, also die 15k Sets für 7,5k. Und man kann das halt nur mit Coins machen. Weil die Points haben sich nicht verändert. Die Coins aber schon. Und ich würde sagen, wir öffnen von beiden eines. Und der FIFA Styler hat auch gemeint, dass man hier viele Coins machen kann. Mit diesen Packs, weil man da eben viele Verbrauchsobjekte bekommt, etc. Und ja, in diesem Pack ziehen wir Pepe Reina. Und das ist ein 84er. Von dem her, wieso sollte der eigentlich nichts wert sein? Schauen wir mal kurz. Okay, hier Timo Werner noch am Start. Ja, die haben ja gestern gewonnen, glaube ich, oder? Ich habe es nur bis zur 75. gesehen, glaube ich. Ähm, ja, der ist sogar... Ja, okay, der ist nicht wirklich viel wert. Aber die Spieler solltet ihr dann alle im Verein behalten. Ich verlinke euch den FIFA Styler mal in der Beschreibung. Ich habe da, wie gesagt, eben das Video von ihm gesehen. Und hier schauen wir noch mal kurz rein. Pepe Reina, was der gute Mann wert ist. Okay, der ist 1900 nur wert. Ah, okay, das ist eigentlich logisch. Im Moment sind die Packs ja saugünstig. Das heißt, es werden sauviele Packs gezogen. Und das heißt eben wiederum, dass die Spieler im Moment wahnsinnig steigen. Das heißt, dass die wahnsinnig steigen. Das heißt, ihr könnt jetzt natürlich in 84er investieren. Und da könnt ihr einfach mega, mega viele Coins sparen. Weil die werden halt nach dem Lunar Team of the Year... Ah, Lunar Team of the Year, alles klar. Nach diesem Neujahrsfest wieder sinken, natürlich. Und ja, Freunde, ich würde sagen, wir öffnen noch ein 17,5k Pack. Und ja, Freunde, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Und dann öffnen wir das Ganze. Und vielleicht ist es diesmal ein Wargott. Nein, leider nicht. Und es ist auch kein Inform. Das sind mega kleine Sternschnuppen. Und das ist nur Wesley Snyder, denke ich mal. Von Galatasaray, Istanbul. Und ja, ansonsten... Okay, das Pack ist gar nicht mal so schlecht. Batshuayi haben wir hier noch im Pack. Ähm, ja, okay, 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 okay. Maya, ja, es ist jetzt natürlich nicht das Gelbe vom Ei. Aber das können wir alles mitnehmen. Und da kann man auf jeden Fall sich so einige Coins sparen durch diese Packs. Und ich will einfach noch eins ziehen. Jungs, ich will noch ein Pack ziehen. Deswegen machen wir das Ganze in 3, 2, 1. Und boom, come on. Ich will wieder mal einen Walkout ziehen. Jungs, es war so heftig, das Gefühl, als ich Bail gezogen habe. Aber, ja, in diesem Pack ist leider nur Aspas drinnen. Mit einem 81er Rating in einem 35k Pack. Also die Packs sind wirklich alles andere als Gutes, muss man ganz klar sagen. Ja, ich bin zwar doof, wenn ich jetzt noch ein Pack öffne, aber ich mache es trotzdem, weil ich halt einfach gerade Lust habe, ein Pack zu öffnen. Und deswegen ist das das letzte Pack für dieses kleine Pack Opening und kleines Infovideo und so weiter und so fort. Und dann öffnen wir das Ganze in 3, 2, 1. Und boom, come on. Ah, schade. Jungs, es ist wieder kein Walkout, aber die Sternschnuppe ist etwas größer. Und das müsste Sokratis sein. Mit einem 84er Rating. Okay, das ist gar nicht mal so schlecht. Aber das Pack kostet halt 17,5k. Und da holt uns Sokratis hier auch nicht wieder die Coins rein. Aber Sokratis kostet, ja, so 2500 circa. Und ansonsten haben wir hier leider wahrscheinlich nichts Gutes im Pack. Vielleicht hier hinten noch irgendwas. Okay, man hat auf jeden Fall viele Fitnesskarten drinnen. Und die sind natürlich jetzt auch gerade ein bisschen am sinken, nehme ich an. Obwohl die Weekend League ist. Aber wenn die Packs halt so günstig sind, dann müssten die ein bisschen fallen. Ja, man sieht es hier. Die sind hier 1300, 1100. Ja, okay, ihr könnt eigentlich jetzt in Fitnesskarten investieren wieder. Aber, ja, das ist ein anderes Thema. Vielleicht werde ich noch ein paar Trading-Tipps dazu raushauen. Und ja, Freunde, das war es jetzt auch schon mit dem kleinen Video hier zwischendurch. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ansonsten war es das mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Und dann sage ich auch schon wie immer. Ciao, Leute. FIFO Stars.